Ja, auf der diesjährigen Sensor & Test haben wir ein etwas anderes Ausstellungsobjekt als sonst mitgebracht. Wir haben also unser X-Planar, ein Transportsystem, was auf Magnetismus beruht, wo entsprechende Mover sich fliegend über Kacheln bewegen und auch in verschiedenen Raumrichtungen bewegt werden können. Wir können also kippen, wir können drehen, wir können sich gegenseitig auf Kacheln auch entsprechend überholen und damit sind eine ganz andere Bewegungsform möglich, also auch Handling von kleinen Bauteilen für Prüfaufgaben. Wir nutzen das selbst bei uns in der Fertigung für unsere eigenen Klemmen. Also Isacut-Klemmen werden auf genau so einer großen X-Planar-Maschine vollautomatisiert gebaut, um damit eben zum Beispiel in drei Sekunden alle drei Sekunden eine Klemme produzieren zu können bei uns im Haus. Für den Sensoriker kann zum Beispiel in seiner eigenen Produktion so ein System einsetzen und eben mit sehr hoher Wiederholgenauigkeit Produktionsprozesse aufsetzen. Man kann aber auch so ein System sehr gut für Messaufgaben mit einsetzen, auch in Kombination mit anderen Prüfsystemen und Robotics-Systemen zum Beispiel. Sensor & Test ist für uns eine spannende Messe, weil wir eben unsere systemintegrierte Messtechnik zeigen. Wir haben eben Standard-IO-Systeme, Automatisierungssysteme kombiniert mit Präzisions-Messtechnik, Safety und auch eigensicheren Systemen. Also alles was man eigentlich in der Messtechnik braucht bis hin zu kalibrierten Messverstärkern kriegt man von Backoff aus einer Hand.